Willkommen zurück zu SimCityBuilded. Heute werden wir wieder einige Aufgaben erledigen und das Monster ist leider weg. Zu den Aufgaben zählen einmal den Stadtbereich erweitern, goldene Schlüssel holen, aber dann erst später Katastrophen auslösen, wo wir uns dann die Schlüssel holen und ein Wohngebäude ausbauen. Noch davor möchte ich kurz zum Frostfjord. Da gibt es nämlich etwas, was wir machen können, nämlich das da planieren und dann hier hin. Das überdeckt eigentlich alles. Ja, das ist schön. Jetzt können wir das auch hier hin wieder verschieben. Okay. Mach ich mal nicht. Wir brauchen das nämlich noch. So, mal gucken. Okay. Das dauert noch eine ganze Weile. Trotzdem lassen wir uns nicht aufhalten. Und hier. So, dann haben wir jetzt hier den Stadtbereich. Und ja, ich weiß, ich sollte das nicht tun. So. Jetzt haben wir auch schon was freigeschaltet. Erstmal einen neuen Rang. Und... 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 Hätte ich vielleicht später machen sollen wegen dem Simulons hier. So, und... Katastrophen auslösen. Katastrophen auslösen. Katastrophen auslösen. Wir sehen uns nochmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, look out Wow So, da bin ich gerade auf den Aufnahmeknopf gekommen. Ich wollte eigentlich hier eine goldene Truhe. So, dann bereite ich jetzt mal das hier vor. So, Leute, da bin ich wieder. Wir können die meisten Sachen jetzt machen. Wir müssen das nur noch akzeptieren. Das hier klappt leider noch nicht. Wir brauchen da noch einen Nagel. Mach ich dann einfach später. So, da bin ich wieder. Das war's dann auch mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.